Hallo liebe Pflanzenfreunde! Heute drehen wir mal ein ganz anderes Video. Nicht über Pflanzen, sondern über ganz andere Dinge. Wir sind heute im Baumschulmuseum. Ihr wisst, Pinneberg das größte Baumschulgebiet der Welt. Und Sönke kann uns über fast alles hier erklären, wozu man das braucht, was das überhaupt ist, da er selbst damals in seiner Lehre damit gearbeitet hat. Hallo Sönke! Ja Jamila, das ist also hier das Baumschulmuseum. Das ist vor 20 Jahren von engagierten Leuten gegründet worden, eben um mal die Geschichte der Baumschulen und der Pflanzenproduktion festzuhalten. Und jetzt gehen wir mal rein und dann zeige ich dir mal, wie meine Kinderstube aussah. Super, da freuen wir uns. So, wir haben euch ja gerade eben schon erzählt, dass Sönkes Kinderstube ungefähr so aussah in seiner Lehre. Und er würde uns gerne darüber was erzählen. Sieht ein bisschen wie ein Motorrad aus, aber er kann ja. Nee, das ist ein Einachsschlepper von Bungatz. Mit dem Ding wurde hier in den Baumschulen geflügt. Da hast du hier oben deine monströse Gangschaltung. Das ist alles grobe Technik. Das hat dir, wenn er mal stehen geblieben ist, jeder Schmied repariert. Die Maschinen sind einfach unkaputtbar. Die sind also jetzt heute auch immer noch einsatzfähig. Werden von den Leuten gepflegt, am Laufen gehalten. Und hier hast du dann eben den Zweischar-Schwungflug, dass du immer auf dem Feld auch vor- und zurückfahren konntest beim Pflügen. Was heute eben bei uns die großen Traktoren machen mit Vierschar-Volldreh- Pflügen. Das ist alles eine völlig andere Technik geworden. Also sind die alten Geräte robuster als die neuen, wenn da irgendwas kaputt geht? Nein, die Techniken sind ja alle viel besser geworden. Also die Motoren halten besser, Getriebe sind sauberer und so. Aber so ging das eben halt los. Und mit so einem Monster musst du mal arbeiten. Dann weißt du, was du getan hast. War das schwer für dich damit umzugehen? Den großen hier selber habe ich nicht gefahren. Ich habe die kleinen Agrias gefahren. Das hatten nur die großen Baumschulen damals. Jetzt stehen wir hier vor einem, ich nenne das mal Fahrrad. Aber Sönke kann uns wahrscheinlich mehr dazu erzählen. Das ist eine Agria-Fräse mit einer Rillenscheibe hinten dran. Ich zeige euch gleich noch den Keilspatten. Das war der Anfang vom Rillenmachen. Das war dann schon eine technische Revolution, dass motorgetrieben eine Pflanzrille gezogen wird und wir dann eben mit allemann schnell pflanzen konnten. Jetzt stehen wir vor einer Messerwand und Sönke erklärt uns, wozu die einzelnen Messer gebraucht werden. Ja, das sind die Veredelungsmesser. Wir waren ja neulich auf dem Feld und haben Rosen veredelt. Und dann sieht ihr mal diese abgefiffene Klinge an. Das Ding hat tausende von Rosen veredelt, bis sie so runter geschliffen ist. Und es ist also ehrbares Werkzeug. Hier haben wir eine schöne Schwunghippe. Das wird zum Alleebäume aufschneiden verwendet, dass du ordentlich gut durchziehen kannst. Das ist hier hinten der Haken, damit du mit der Hand schön dann nicht abrutschen kannst. Geschliffen wurde hier auf Ölstein. Gerne wird dafür genommen der belgische Brocken, der es richtig schön hat. Und dann wird das Messer hier über den Abzieher schön entgratet, damit man saubere Schnitte hinlegt. Und hier oben, das sind Ballentuchscheren. Heutzutage wird alles nur noch zugeschnitten geliefert. Aber ich kenne das noch, dass man eben, bevor man aufs Feld geht, erstmal die Tücher schneiden musste von der Rolle für seine Pflanzen. Okay. Und du hast damit alles noch gearbeitet? Ja, wie gesagt, ich bin im Baumschulbetrieb groß geworden und das ist alles, das ist bei mir wie Kinderstube. Sag mal, hat sie gerade Silberrücken zu mir gesagt? So, ich sitze jetzt hier auf dem roten Ungetüm, wie man hier sieht. Und ich weiß gar nicht, was das ist. Aber Sönke kann das ja natürlich wieder erklären. Ja, das ist ein damals moderner Ackerschlepper, der jetzt in einer 30 PS Klasse ist. Und wie du siehst, er hat nicht nur die sportlich rote Farbe, sondern es ging in den Baumschulen auch schon sportlich zu. Oh, ich sitze also auf dem Porsche. Das wollte ich auch schon immer mal. So, Jamila, und da stehst du jetzt genau richtig. Dieses Arbeitsgerät nennt sich Planet. Ja. Warum? Hier ist der Arbeiter hinterher gelaufen. Da vorne an dieser Stange wurde die Lotte angeschlossen. Dann bist du mit dem Pferd durch die Reihen gegangen und hast die Reihen durchgegrubbert. Und damit die Pferde nicht von den Pflanzen naschen, gab es ja noch diesen Maulkorb, damit sie eben, weil wenn sie durch Eiwe laufen, dann wäre die Reihe nicht mehr zu Ende gekommen. Okay. Gab es auch so einen Korb für die Gärtner? Nein, der Gärtner darf alles naschen. Wir stehen hier vor einem, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das ist. Super, das ist grave. Hier wurden, der Bügel wurde hochdimmig, die Pflanzen werden hineingelegt, die Strohpackungen mit, Moos, um Feuchtigkeit zu halten. Dann wurden mit diesem Bügel die Pflanzen zusammengedrückt, mit Weide gebunden und so gingen die Pflanzen dann früher in den Versand. Weil es war ja nicht wie heute, dass es binnen ein paar Tagen da ist. Die Transporter haben länger gedauert und die Pflanzen mussten feucht gehalten werden. Da haben wir einmal hier diese kleine Verpackungsmaschine und da ist dann die große eben für Bäume und Großsträucher. Okay. Also ganz anders als wir heute. Heute alles im Karton und weg ist es und früher? Ja, früher war das richtig Handarbeit und musste sorgfältig gearbeitet werden, damit die Pflanzen dann auch heil an den Baustellen einkommen. Weil mitunter waren die zwei Wochen unterwegs. Okay, das ist recht lange. So, wir stehen jetzt vor Schaufeln, Schaufeln und Schaufeln. Richtig, Sönke? Völlig daneben, Jamila. Das sind Spaten. Die wurden zum Ballenstechen eingesetzt. Und jetzt sieh dir mal diese Spatenblätter an, wie abgefetzt die unten sind. Die haben viele Jahre in den Baumschulen verbracht und tausende von Ballen gestochen. Hier da vorne links ist besonders runtergefiffen. So, und das ist eben Gärtnerarbeit mit solchen Geräten, Pflanzen aus der Erde rauszubekommen und die Ballen richtig zu stechen. Und wenn du dir das hier bei dem mal ansiehst, wie groß das Eisenblatt gezogen ist und noch diese Verstärkung, dieses schmale, dicke Blatt, der war nur für Großballen eingesetzt. Während du mit dem kleinen, leichten Spaten da vorne eben kleine Pflanzen herausnimmst. Das ist also alles richtig Knuff und Handarbeit gewesen. Tolles Werkzeug. Oh, super! Sönke! Das kommt mir bekannt vor. Es sieht aus wie ein Boot. Haben wir damit nicht schon mal gearbeitet? Oder ich? Ja, du hast an der Maschine bei uns im Staudenbetrieb gearbeitet. Das ist eine Topfmaschine für Harttöpfe. Das sind jetzt 8 Harttöpfe. Vorne war die Bohrung drin. Es erschreckt mich eigentlich, dass die schon im Museum steht, weil da dran habe ich doch gelernt. Kann doch nicht wahr sein. Ja, da sieht man unten, wie die Zeit vergeht, ne? An dieser Maschine hattest du früher fünf Arbeitsplätze. Heute ist es nur noch einer. Also die Technik hat uns also auch ganz schön im Personal zusammenschrumpfen lassen. Also es ist nicht gerade positiv. Ja, das kann man so und so sehen. Wir müssen ja billiger produzieren, sonst fliegst du raus. So, wir stehen jetzt hier vor Tannenzapfen, Zweige und Kastanien und was es hier nicht alles gibt. Warum steht das hier? Einfach damit man mal zeigen kann, wo die Saaten überhaupt entstehen und wie das aussieht. Guck mal hier, das ist so ein riesengroßer schöner Kiefernzapfen. Hier drüben sind Zedern, damit du überhaupt mal den Unterschied zeigen kannst. Und da oben, da sind echte Tannenzapfen. Echte? Echte Tannenzapfen, ne? Wie Scrap, der wird sie jetzt von der Wand pflücken. So einfach nur, damit die Leute mal sehen können, wie die Saaten aussehen und mit was für Sachen wir eben in den Baumschulen arbeiten. Die Saat sieht immer noch so aus. Das hat sich natürlich nicht geändert, ne? Aber ich kenne zum Beispiel immer nur diese ganz, ganz einfachen. Es sind ja echt ganz, ganz viele verschiedene. Unglaublich. Kannst du die ein bisschen auseinander halten? Ich krieg sie auseinander gehalten, doch auf jeden Fall. Also ich hab damit gearbeitet. Ich war im Saathandel. Ich kenn das alles. Also für mich sieht das ein bisschen gleich aus, aber du kennst dich natürlich aus. Ja. Und die Reinsaaten, siehst du da in dieser Glasvitrine. Ja. Oh. Damit dann keiner dran rumpult, haben sie die Tür auch zugemacht. Sieht für mich wie ein Gewürzschrank aus. Ja, ne? Nein, nein, aber sie bewahren halt hier diese Arten drin. Das ist wie, also die sind jetzt 100 Jahre lagerfähig und du kannst sie ausspringen und sie keimen wieder. Und so viele verschiedene Sorten gibt es. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Wir sind jetzt hier in einem Beet, wo Sönke uns zeigen wird, wie man früher gearbeitet hat. Ja, Jamila, das ist, hier sind Fichten verschult worden und früher wurde an dieser Pflanzleiste verschult. Da hast du dahinter gekniet und immer in jede Aussparung eine Pflanze gesetzt. Die Pflanzleine, die Rille wurde gemacht mit einem Keilsparten und so wurden dann die Beete die Reihen gesetzt, sodass du immer einen gleichmäßigen Abstand hast. Und jetzt wird mit solchen selbstfahrenden Pflanzmaschinen, wo fünf Leute drauf sitzen, die die Verpflanzung, die Verschulung gemacht. Das geht also alles wesentlich schneller. Also wurde alles per Hand gemacht früher? Es war schiere Handarbeit. Auch das ganze Roden, die wurden per Hand rausgenommen, mit der Grabevorke ausgestochen, was wir heute mit dem Rüttelflug in einer halben Stunde erledigen, hast du früher den ganzen Tag gebuddelt. Willst du uns mal zeigen, wie man hier so... Ja, so wurde die Pflanzrille gezogen. Darf ich auch mal? Ja, klar. Darf ich mich darauf stellen? Ja, sicher. Oh, das ist ja richtig... Ja, so wird das schon mal gar nichts. Warum nicht? Also man sieht, es ist sehr, sehr schwer. Keine... Oh, meine Löcher sind ja gar nicht so tief wie deine. Ich lasse es lieber im Profi. Alles klar. So, wir haben euch einen kleinen Abritz vom Baumschulmuseum gezeigt und ich hoffe, das hat euch sehr gefallen. Ja, also ein Besuch in Teestorf im Baumschulmuseum lohnt sich auf jeden Fall für alle, die sich ein bisschen für die Baumschularbeit interessieren. Und es ist wirklich eine tolle Einrichtung hier. Kommt ruhig vorbei und seht euch das an.